Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und superlöschen Platin mit dem neuen Spiel von Webnetic Ziggy Zaggy heißt das ganze hier, kostet 1,49 Euro, den gibt es für die PS4 und PS5 kein Cross bei 8x Platin möglich, wenn ihr euch das ganze noch in Asien, Japan und US-Store kauft, Asien und Japan wird allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen, das ganze dauert hier roundabout etwa 3 Minuten, ihr braucht lediglich den X-Button dafür, wir starten einfach mal das Spiel, damit ihr mal seht, worum es hier geht, das eigentliche Ziel des Spiels ist es hier, über diese Linie da zu fahren und diese Diamanten da einzusammeln, das ist das eigentliche Ziel des Spiels, wie gesagt wir starten hier das ganze mit dem X-Button und dann müsst ihr hier immer so im richtigen Moment hier drücken wenn er runterfällt, seid ihr natürlich tot wir können das ganze natürlich aber beschleunigen, indem ihr jetzt einfach hier den X-Button hier immer wiederholt schnell drückt, also den X-Button smashed Ihr werdet dann natürlich direkt am Anfang hier immer wieder runterfallen und durch das drücken des X-Button macht er natürlich automatisch den Neustart, die Punkte werden natürlich weiterhin gezählt, wie eigentlich so ziemlich immer bei Webnetic Ich glaube wir müssen hier über 500 Points erreichen und ja so auf diesem Wege geht das auf jeden Fall viel schneller, wie wenn ihr das Spiel auf einem normalen Wege spielt Habt ihr natürlich Bock auf das Spiel normal zu spielen, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun, dann werdet ihr da aber dementsprechend halt ein bisschen länger brauchen Denn durch das schnelle drücken des X-Button könnt ihr hier am Anfang auf dieser großen Plattform schon recht viele Points einsammeln Wie gesagt, dadurch geht das Ganze natürlich viel viel schneller Wenn ihr natürlich noch einen Turbo Controller habt, dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit hier am Anfang noch mehr Punkte zu holen Ich mache es jetzt halt hier natürlich mit dem normalen Controller Also ihr seht, wir holen hier schon recht viele Points Ja, also wirklich mal wieder easy peasy Platin Kann man sich auf jeden Fall mitnehmen Die meisten werden es natürlich schon auf Platin haben Das Spiel kam am Mittwoch schon raus Ja, bei mir hat es sich ein bisschen verzögert Ich hatte die letzten Tage wirklich kaum die Zeit für ein Video zu machen Deswegen mache ich das Ganze natürlich heute hier auf den Sonntag Werde ich das Ganze dann hier dementsprechend nachholen So, da haben wir es auch schon gleich Wir sind schon bei 480 Points Also ihr seht, das geht rucki zucki Zicky zacki, rucki zucki Easy peasy Lemon squeezy So läuft das hier So, da sind wir schon über den 500 Points Gleich haben wir schon das Ganze hier durch Also wie gesagt, hier auf dem Wege drei Minuten Auf dem normalen Wege, keine Ahnung Habe ich ehrlich gesagt auch nicht probiert Ja, 5 bis 7 Minuten eventuell Und da war auch schon die Platin ziggi zacki Und damit verabschiede ich mich Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn euch das Ganze gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben da Abonniert den Kanal Wird mich sehr darüber freuen Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder Bis dahin macht's gut Und Servus Bis dahin macht's gut 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 Bis dahin macht's gut